Alter, Trompeter-Sau noch nie gespielt, ne? Eins! So, bist du da? Nächste Übung. Ich übergebe mal. Ja, du weißt, was das heißt, ne? Tatütata! Bleib mal da stehen. Trainer, wenn man so spricht, hört man sich selbst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Roger, bist du da? Das ist eine Atemübung. Das ist bei Real Madrid mehrfach nicht getestet worden. Aber wir versuchen es... Mach doch mal das Ding da rein jetzt. So, Tischtennisball hier drauf. Versuchen jetzt, da rein zu pusten und den Tischtennisball damit hochzuhalten. Auf geht's! Guck mal, ob du Luft hast oder nicht. Mach, komm! Guck mal, das ist doch... Du pusten, Alter! Das ist so, guck mal, das ist wie Dumbo beim Abnippeln, Alter. Mach Brust da rein jetzt, ey! Dann kann doch nicht so schwer sein, den Tischtennisball da hochzukriegen. It's magic! Die Ehrlich-Brassers werden stolz auf uns. Normal kommt hier oben noch das Spiel rein. Ja. Ach so, ja. Können wir machen. String! Kreuzliga-Legenden! Ah! Eins! Hallo! Die Kreuzliga-Legende ist da! photo- 19-iger pumpers 1 1 3